Was ist ein Mesentrialinfarkt? Ein Mesentrialinfarkt bedeutet eine akute Durchblutungsstörung des Darmes. Hierbei kommt es zu einem Verschluss, entweder durch ein fortgeleitetes Gerinnsel aus dem Herzen oder eine Einigung geht zu. In der Folge kriegt der Darm nicht mehr genug Blut, der Darm geht zugrunde und stirbt dann dadurch ab. Das ist ein lebensbedrohliches Krankheitsbild. Untertitelung des ZDF, 2020